Vielen Dank. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, also wie unsere Gesellschaft tickt, das ist ja immer ganz gut nachvollziehbar, was sozusagen die größten Stellenwerte in einer Gesellschaft hat. Mir hat einmal ein Architekturhistoriker gesagt, man kann es eben an Gebäuden verfolgen, das sind so die größten Gebäude, die in einer Zeit errichtet werden. Wir leben in der Zeit der großen Bankgebäude und sie kommen ja auch aus einer Bank, aber das ist jetzt nicht Thema. Und geratet werden ja mittlerweile Länder nach ihrer Kreditwürdigkeit. Ich wage zu behaupten, würde es eine Ratingagentur, für die ich jetzt einfach mal plädiere, für Kultur und Kunst geben. Tatsächlich, und ich glaube, das sind uns einige in diesem Haus, würden wir das AAA wohl noch haben, wenn es um die Kulturleistung geht. Nichtsdestotrotz, man sollte sich nicht ausruhen, sondern immer auch kritisieren, immer überprüfen, immer schauen, wo kann man einsparen, wie schaut es mit der Verteilungsgerechtigkeit aus, innerhalb der Kulturinstitutionen, was wird besonders gefördert, was wird zu wenig gefördert. Und ich gebe Ihnen schon recht, Volkskultur ist total wichtig, aber wenn ich zum Beispiel nach Schweden schaue, wie dort auch junge Bands, Popmusiker, Rockmusiker, DJs gefördert werden, in den kleinsten regionalen Gebieten, dann sehe ich zum Beispiel diesbezüglich in Österreich noch großen Nachholbedarf. All along nämlich, wenn man bedenkt, dass Schweden einer der größten Pop-Exporteure Europas ist, ist das nämlich auch etwas, was wirtschaftlich nützt. Also da gibt es sicher noch viel zu tun in diesem Land, und da können wir uns nicht zufrieden ausruhen und sagen, wir sind eh so super. So super mal auch sein. Wir wissen alle, ein Großteil der Touristen und Touristinnen kommen aus zwei Gründen nach Österreich, entweder wir in den Berg und in den Skifahren, oder weil die Kultur und die Kunst so interessant und spannend ist. Und recht haben Sie, ist ja keine Frage. Schönes Land, schöne Kultur, schöne Berge. Ja, ich bin ja nun kein Hansi Hinterseer, gebe ich zu. Ich glaube auch nicht, dass er öffentliche Förderungen notwendig hat. Ich glaube nicht, dass er öffentliche Förderungen notwendig hat. Aber wir wollen ja über die Institutionen und die Kunst und Kultur reden, die öffentlich gefördert werden sollen. Und da gibt es, und da komme ich noch einmal zurück zum Thema Verteilungsgerechtigkeit, und ich kann nicht anders, und ich muss über die Bundestheater sprechen. Natürlich für einen ehemaligen Max-Reiner-Zeminaristen wie mich natürlich ein besonderes Anliegen. Es gibt eine Studie, und der Herr Kollege von der FPÖ, der Herr Kollege Jenewein hat das erwähnt, die hat dem Steuerzahler 550.000 Euro gekostet. Und diese Studie ist nicht öffentlich. Jetzt sickert dadurch, dass es ein Einsparungspotenzial bei den Bundestheatern gäbe von 14 Millionen Euro. Aber wie und was, das erfahren wir nicht. Ich halte das nicht für demokratisch. Ich wiederhole mich, diese Studie wäre auch so ein Fall für Wikileaks, wo ich dann hoffe, dass das dort irgendwann mal auftaucht. Es ist nicht einzusehen, warum die Öffentlichkeit eine Studie zahlen soll um 550.000 Euro, und die Ergebnisse nicht wissen darf und nicht überprüfen darf, investieren wir, die Steuerzahler, eigentlich richtig oder auch nicht. Und diese 14 Millionen würden, glaube ich, viele, viele, viele Menschen interessieren, und ich bitte Sie wirklich inständig, Frau Ministerin, veröffentlichen Sie bitte diese Studie, nicht nur aus kulturpolitischen Gründen, sondern aus demokratiepolitischen Gründen. Eine Studie, in der geht es um die Bundestheater und wie sie strukturiert ist und welches Einsparungspotenzial es hat. Das ist die Studie, die der Kollege Jenewein schon erwähnt hat. Sehr froh war ich, dass der Kollege von der ÖVP die Bibliotheken erwähnt hat. Ein völlig unterschätztes Thema eigentlich in der Öffentlichkeit, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Jetzt weiß ich nicht, ob jetzt gerade jemand von der freiheitlichen Partei Kärntens gerade anwesend ist, aber mich würde zum Beispiel mal interessieren, warum Klagenfurt und Villach meint, keine kommunalen Bibliotheken haben zu müssen. Also in Grünau, das hat glaube ich ein bisschen weniger Einwand im Almtal, wird eine Kommunalbibliothek geöffnet. Villach, Klagenfurt, wir brauchen das scheinbar nicht. Wir brauchen keine belesenen Menschen oder keine Ahnung, was da der Hintergrund ist. Man muss aber auch bedauerlicherweise sagen, dass erfolgreiche Bibliotheksmodelle auch durch den Seiten des Ministeriums eingestellt worden sind. Ich nenne da Bad Ratzkersburg. In Bad Ratzkersburg, sehr spannendes Projekt und sehr erfolgreich, gab es eine Kombination einer Kommunalenbibliothek und Schulbibliothek. Das war eine Bibliothek. Die Schulbibliothek gibt es noch, eine Kommunalenbibliothek gibt es leider nicht mehr. Das finden wir ausgesprochen bedauerlich. Es ist ja heute auch sehr viel über Kunst und Kultur gesprochen worden, im Sinne von philosophisch, was ist Kunst und Kultur und was bedeutet das für die Gesellschaft. Da kann man natürlich viel sagen und alles ist richtig und alles ist aber gleichzeitig auch falsch. Das ist das Spannende an Kunst und Kultur, weil natürlich ein kreativer Prozess immer andere Gründe hat und andere Ziele hat. Und die freiheitliche Partei ist ja immer ganz gut im Propagieren von interessanten Kulturobjekten, weil wenn ich höre, dass sie sich über etwas aufregen, weiß ich meistens alles, was interessant ist. Da kann man sich ja mal damit auseinandersetzen, weil Provokation war natürlich immer schon ein wichtiger Bestandteil der Kunst und Kultur. Und ich fand es schon sehr bezeichnend, es ist ja leider nicht im Saal, als der Herr Jenewein mit meiner etwas provokanten Frage, ob er den zensurieren möchte, meinte, naja, wenn es Ihnen gefreut und wenn es mir gefreut, und das quasi als Richtschnur von Förderungswürdigkeit, ob einem etwas gefällt, das ist für mich nicht einsehbar. Das kann nicht der Sinn und Zweck von Kulturpolitik sein. Und wenn das die Sicht der Blauen ist in kulturpolitischen Fragen, dann mache ich mir über Schwarz-Blau, das ja vielleicht irgendwann mal doch wieder kommen soll, größere Sorgen als mir lieb ist, sage ich ganz ehrlich. Weil Kunst und Kultur natürlich immer dort aneckt und vor allem dort aber auch wichtig ist, wo es die Bruchlinien innerhalb einer Gesellschaft gibt. Selbstverständlich ist die Globalisierung, ist unser Wirtschaftssystem, wie wir es derzeit haben, sind die Fragen rund um Integration von Migranten und Migrantinnen, dort, wo die sozialen Bruchstellen unserer Gesellschaft, dort, wo die Debatten stattfinden, natürlich spiegelt sich das in der Kunst und Kultur wieder. Und daher möchte ich abschließen mit einem ganz dringenden Appell, Frau Ministerin. Österreich braucht dringend ein Haus der Kulturen. Unbedingt. Dankeschön. Danke, Herr Kollege Scheuder. Ich darf Sie bitten, Frau Bundesministerin.